Das ist die Base, die ich mein. Ja, ja. Hörst du mir nicht zu, oder wat? Nein. Ja, ich merk dat schon. So, liebe Community, schreib mal bitte in den Chat. Hashtag, äh, ähm, keine Ahnung, äh, Sackgesicht. Hey. Hey, Sackfresse, Hackmaul, Gesichtsgulasch, wat er wollt. Jetzt ist die Frage, ist dat hier ne doppeltgesteckte Decke? Bestimmt. Also wird dat keinen Sinn machen? Hm. Ja, wir gehen von oben rein. Da war eine Mega-Riesen-Base, also das war nicht mehr normal. Das kann nur der Atom gewesen sein, wat? Die Base war riesig. Da drüben? Das war ein Schloss, war das. Ja, versteckt. Ich hab's selber nicht erst gesehen, beim Leuchtturm war das, glaub ich. Mhm. Ja, da hinten beim Leuchtturm, da steht ein Mega-Base. Da brauchen wir uns nicht ranmachen mit unseren paar Satchels und 1 in 4. Ja, komm, wir gehen uns mal den da hinten angucken, den du nicht gesehen hast. Alright. Na, komm, wir da. Der von der 16 schon gar nicht. Na, ich auch noch nicht. Da hab ich schon auf Maximum gedreht, ey. Gucken, wann sie auch ploppt bei mir. Diese Steinmauer hab ich hingestellt. Welche Steinmauer? Achso. Wieder hinter mir. Du meinst, äh, die Barrikade. Die Barrikade, genau. Ja, da schreibt schon einer, warum der Server, ja. Tja, keine Ahnung. Gestern war noch hier übelst beim Buhle. Okay, man. Vorne müsste man mal hochkommen eigentlich. Hast du das vorhin eigentlich aufgenommen, den wir den AirDrop geholt haben? Ja, klar. Nice. Ja, ma. Nächstes, ich bin ein Halbprofi, oder wat? Stimmt, ne, ich spiel öfters mal ne Staffel und dann danach vergesse ich... Ach, ich hab ja nicht aufgenommen. Ey, das ist immer ärgerlich. Ah, hin und wieder passiert sowas auch mal, aber dafür gibt's ja die Möglichkeit, rückwirkend aufzunehmen. Ja, jetzt... Ah, oh, ist Vollmond. Geil. Passt. Geht ja. Oder wir müssen uns dann mal Flammenwerfer kaufen gehen. Mhm. Falls jetzt die Base aus Holztürn besteht. Ja, ohne Ende. AirDrop, auch. Ja, von wo? Hinter uns. Also, Süden. Ah, der ist so weit weg. Ach, ich komm mich nicht hoch, Alter. Komm, Mann. Hier steht auch ne Wurzel links und... ...ein Tal. Die stand letztens schon da. Keine Bewegung drin, ne? Ne. Das hängt ja... ...Metal Tür. Normale Metall Tür? Ja, wir sollten auf jeden Fall noch denn die, äh, die Leiter lernen. Hm, haben wir doch. Du hast dich schon gelernt? Ne, aber wir haben eine. Ja, ich sag ja, die müssen wir noch lernen. Mein Gott. Da husten uns auch. Jede Staffel bei, ey. Mhm. Was ist denn mit der Base, mit dem Shop? Da könnten wir uns rüberhangeln, über der Tor. Natürlich, ja. Und könnten mal gucken, ob der Ofen... Naja, gut, dafür brauch ich was hier leider. Ja, scheiße. Wir haben sogar die Spritzen, da können wir uns rüberschleichen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen bloß, äh... Vielleicht gibt's dann sogar Lücken in den Zäunen, da kann ich dir durchdroppen. Oder so, ja. Dann brauchen wir nur zwei Leiter, um rüberzukommen. Dann brauchen wir keine mehr für zurück. Und dann killst du dich und dann renne ich nach Hause. Mhm, genau. Ach, ich denke mal, Lücken gab's auf jeden Fall, so wie ich in Erinnerung habe. Wo waren das? Ah, noch ein bisschen weiter. Du meinst, beim Berg war ausgefasst? Ja, da, da, da so leicht drunter, O5, glaub ich, war das. Und die sind aktiv, die Boys? Na, gestern waren sie da aktiv. Mein Gott, ey. Raucht ihr eine? Naja, hab schon. Besser. Na, ist so ein... Keine Ahnung, Schleimscheiß da. Ja. Passiert. Aha. Haben die oben alles aus Metall? Ja, ja, ganz schön gewachsen, das Ding. Oha. Krass. Findet man nicht online? Ne. Hier mit Metallbarrikaden haben sie. Ja, hier komm ich ja locker hoch, Alter. Ja. Weil die nämlich das Tor nicht haben. Und wenn die... Die sind eigentlich blöd. Weil das muss man verbinden. Das geht gar nicht. Du kannst gar keinen Bauschrank in diese kleine Butze stellen. Das zerfällt aber nicht. Du kannst keine zwei TCs stellen. Nein, nicht in der Nähe, ne. Ja, aber da brauchen wir uns nicht reinspringen. Gut. Mal weiter gucken. Ansonsten lassen wir uns doch mal zu den Typen gehen, mit denen ich heute gefightet habe. Das war... Das war... Oh, da ist ein Shop kaputt. Wo war denn das? Warte mal. Hafen, Hafen, Hafen... Äh... Bei... Sorry. G... F4 war das. Ah. Elf Leben verloren. Geht schon. Ja. No elf. Oh, hier liegt schon wieder einer. Zozo. Mörder. Ah, wie schnell ist ein Server ausstocken, ne. Nicht mal zwei Tage halte Sicherheiten. Krass. Überbleibst du, aber hier ist nix, was man looten kann. Es hat dunkel wie ein Bärenarsch. Ja. Jetzt noch ein Bär, das wäre das Schlimmste. Kein Problem. Ah, ihr, aber Revolver. Da ist sogar die Shotgun dabei. Warte mal. Die laufen völlig falsch, Alter. Wann habe ich Beine? Shotgun? Nö. 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 Ja, ich habe dir auch die hingeworfen zum Reparieren. Ach, Tatsache. Ich habe den nicht mal repariert. Ich habe dir nur einen Schrank getan. Hier ist ne Wurze. Hm, die sieht doch gut aus. Sieht lecker aus. Aber ich glaube Holz, ne. Ja, Holz. Ah, vorne. Ach nee, das ist der. Das ist Holz. Was kostet denn Flammenwerfer? Warte mal, kann man das erkennen? Ja, ja. Auf der Map. Warte, der kostet. Revolver, Flammengeschütz, an die Flammen geschützt. 150 Metallschrott. Echt, wo siehst du das? Ich sehe den ja gar nicht. Gehe in die Mitte auf den Button, einfach drauf, Weapons, und dann steht da, ähm, Spruchflinken. Flammen, ach nee, Flammengeschütz. Flammengeschütz, ja. Beut, schon voll. Nee, dann gibt's den nicht. Boah, ein Schwein. Ach, du Heilige. Heilige Scheiße. Deine Penner. Oh, warte mal. Wir sind aber sehr nah am Außenposten. Ich packe mal die Waffe weg. Da ist Licht an. Ist da ein Spieler da hinten, oder? Nee, nee, ist ein NPC. Wir haben immer Licht an der Nacht. Nee, ich meine, genau, ah nee, das könnten diese, diese, diese komischen Tonnen sein, die da an sind. Alter, ey, ist doch schon wieder irgendwie. Oh. Oh, lol. Jesus. Jesus. Hui. Hast du Bandagen? Extra noch? Ja, ja, warte. Ich hab extra noch gesagt. Pack die Waffe weg. Ich bandagiere dich. Bleib mal stehen. Was geht denn jetzt ab? Bist du bandagiert? Nee. Was? Jetzt aber. Oder? Ja. Gut, wir machen mal halt einen kleinen Umweg. Nein. Aua. Hier geht's sehr, sehr, sehr. Ich wollte es hier nachmachen. Steil, Berg. Ah, aua. Oh, scheiße, noch 16 Leben, Alter. Hast du, äh, Bandagen? Ich hab Spritzen. Ey, wo geht's hier runter? Ich hab Angst. Oh mein Gott, schon wieder Blutung. Ich glaub, das ist mein Ende. Aua. Aber jetzt wird's hell, wo ich unten angekommen bin. Willst du dich verarschen? Eine Bandage hab ich noch im Notfall. Boah, mir geht's richtig schlecht. Hier, eine Bandage. Da. Mehr hab ich nicht. Da. Spritzen hab ich jetzt gerade selber aufgebraucht. Gib mir alles, sag ich. Ey, wir werden bestimmt noch irgendwas finden gleich. Oh, guck mal. Gedespawnt. Das ist voller Loot, da wette ich's auch. Ja, kann es gut sein, ja. Das hat safe noch niemand gesehen. Hier ist leer. Ja, der Typ hat Sachen. Auf jeden Fall. Nee, nicht. Oder war hier doch schon jemand? Autorisieren. Kommt mal an den Bauschrein? Ach, der entschloss, ne? Ja. Okay, okay. Wait, wait. Hier liegt noch einer. Luke. Was, ähm, ich hab keinen. Fangen wir mal. Fällt's mir hier hin? Äh, sieht leer aus. Ich komm. Hier in den Zeck. Musstab, äh, ja und da nach oben kommen. Perfekt. Verdammt. Hat schon einer alles geholt, ja? Ja, alles. Fuck. Kale. Das hätte echt was werden können. Miese Zeit. Candy base sogar noch. Weißt du, wer das, wer das war? Ja, ja, die zwei Typen, die uns da... Die Fenster da, genau. Die das Fenster drin haben. Diese, diese Handelsfront da. Ja. Die waren das. Ja, nur die Besten überleben, ne? Ach, ich denk mal, die hatten überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Weil gewählert sind die auf keinen Fall. Nackt der. Nackt der, nackt der, nackt der. Was, nackt der, wo? Ne, ich suche nackt. Ach so. Da muss ein Schwein. Links über uns ist ne Base. Da kommt noch mal ein Airdrop. Das war komisch. Dann ist der oder der davor, äh, gerufen worden. Da vorne ist ein Nackter, da vorne. Lebt der oder... Läuft der oder schläft der? Der liegt, glaub ich. Oder wo der hornet oder so. Der ist ein Boot, oder? Airdrop hat schon geworfen. Und ein Schlafsack? Ich seh das nicht. Da ist ein Boot, da vorne, geradezu vor dir. Tatsache. Wow. Aber was spielst du für ne Grafik, alter? Kartoffeln, oder was? Ne. Was schießt du denn? Hit. Und hit. Ich komm mal wenigstens hoch, denk ich mal. Hoffentlich mal. Ja, doch, dort. Ah, ne, hier sieht sich das scheiße aus. Ey, Alter. Die sind blockhaft, okay. Was ist echt? Den unmöglichsten Bauplatz gesucht hier, Alter. Das ist ich wieder, oder? Hier ist ne Base. Na klar, du hast doch die Base gebaut. Na ja, das sind sie alle. Ha. Ich hab Videobeweis. Hä? Das ist ein Videobeweis. Na, dass ich hier... Ich hab die Base geschenkt bekommen. Ach so, hm. Der hatte direkt keinen Bock mehr und hat er alles gegeben, was er hatte. So war das nämlich. Niemals, Lügenmaul. So schätzt das Ganze. Lügenmaul. Lügenpresse. Ah, Lügenlord. Kopfschuss. Ich geh. Ey. Ups, falsche. Ah, tataa. So, der erste ist down. Welcher? Ach da, ja. Gibt den richtig mies. Boah, voller rüberschossen. Da kommt ein Bär auf die Zug von rechts. Down? Ne, noch nicht. Ne grüne Karte. Yes. Pullover. Komm, du dummer Bär. Hedshot. Damn, ist das schnell geworden. Hör auf, der kann dich da auch noch schlagen, ne? Ja. Ach du halt. Lauf. Jeez. Boah, hält denn der aus? Jetzt haut ab. Oh, der Speer. Da hast du den Speer. Könnte man eigentlich abbauen, ne? Bandage machen. Ja, die können du auch gut geworfen. So, da hast du, warte mal, ich gebe dir mal die Hälfte. Kann ich mir auch welche machen. Und hier hast du nur ein. Hat perfekt erreicht. Gott. Was? Easy. Robin Hood. Was? Zack, zack, zack. Hit. Zack, zack, zack. Kopfschuss. Hehehe, Miner. Ich bin gespannt. MP5. MP5, komm schon. MP5. Oh, Tag Light, geil. Nice, ein Stein. Fressensbox. Fressensbox kannst du mitnehmen, kannst du dich hochheilen. Wo ist die denn? Na, da, beim Auto. Zerfällt die Putze da auch schon? Ich bin dehydriert. Nein. Hier ist offen. Da wird eine Stunde sein. Ah, ein Hoodie. Geil. Immerhin. Echt? Ja. Hier ist der Beweis. Tada. Mhm, okay. Da. Ne. Doch, Spieler oder Dreckfleck? Ne, Dreckfleck. Spieler oder Dreckfleck? Scheiße, ey. Die sieht noch mal so aus. Hm, wir gucken erst mal. Wir werden es mal alle merken. Also ich merke mir die auf jeden Fall. Ich hätte schon ganz gern einen Online-Rate, ne? Hier ist eine Holzputze. Also mit einer Holztür meine ich. Ich habe keinen Plan. Ey, gestern konntest du keine drei Meter gehen, ohne an Leute zu kommen. Und jetzt, wohin, den blauen Deichen? Ja. Mist. Oh. Ach. Scheiße. Halsputze. Da hinten ist nichts. Wie Pfeiler habe ich überhaupt noch? Oh, nur noch sechs. Nur noch 15. Wenn du Essen brauchst, hier ist alles voll. Nice. Ist sie in der Butze, oder? Hm, voller Butze bin ich. Wo hast du Essen? Oh, ho, ho, ho. Da. Na gut. Dann lass uns mal die... Da ist schon wieder so ein blöder NPC. Kann man gleich mal die ganzen Kisten mehr abluten hier. Komm schon jetzt. MP5. MP5. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mann, ey. Verkackte Spitzhacke. Ich gehe mal hier hinten hin, hole die Kiste. Heute Morgen standen hier zwei Kanonenboote. Äh, Dings. Ach, die Base da. Okay, die ist größer geworden. Die war heute Morgen, äh, wo ich da war. Noch nicht so groß. Okay. Das ist auch bloß alle Toils. Das ist jetzt nicht so das große Ding. Wenn wir einen Flammenwerfer hätten. Der Kern besteht, äh, der Kern besteht ja auch bloß aus, äh, na, zwei mal zwei. Das ist die Base, die ich meine. Ja, ja, habt ihr... Hörst du mir nicht zu, oder wat? Nein. Ja, ich, ich merke das schon. So, liebe Community, schreibt mal bitte, äh, in den Chat. Hashtag, äh, ähm, keine Ahnung, äh, Sackgesicht. Hey. Sackfresse, Hackmaul, Gesichtsgulasch, was er wollt. Hm. Ja, das ist alles Holz, ne? Hätte man einen Flammenwerfer, wäre das ja kein Problem. Das Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob man den kaufen kann, da hinten. Ich hab das ehrlich gesagt noch nie, noch nie gemacht mir einen Flammenwerfer zu kaufen. Achst. So, jetzt kommen wir langsam Richtung der Base von dem Typen, der aktiv ist. Oder war. Kamera. Da vorne ist noch ein MPC. Mhm. Dann soll man da schnell wegholen. Hit. Oh. Jesus. Hit. Halt. Ist down? Ja, ist down. Ja, die würde ich ganz gern hier denn eigentlich raiden. Ach, komm, Alter, schon wieder was mit dem Müll da drin ist. Oh, Garagentur. Ach, den tut hier. Der war zumindest noch so aktiv. Der hat mich auch einfach mal erschossen, da bin ich hier vorbei. Einfach so, Cross-Braw-Hedgehardt. Hat er sich hinter seiner Dingenzaufer steckt. Aha. Und da ist sein Loot-Room. Der ist so dumm, Alter. Der macht hier aus Metall. Weiß doch jeder, dass das... Hm, muss nicht, muss nicht. Kannst du ihm mal hochhelfen? Stell dich mal hinter. Dankeschön. Oh. Doppelt. Mhm. Das wird seine 2x2 sein. Die Starterbase hier eventuell. Mhm. Dann... Erstmal gucken, ob einer guckt, ey. Bin viel zu unvorsichtig. Das ist auch noch eine Mini-Butze. Und da ist noch mal eine Mini-Butze. Die sind schon offen. Und da noch mal eine Mini-Butze. What the fuck. Ah, die wurde schon geradet. Ganz auf, entspannt. Warte mal, er hat die Tür da aufgemacht und hat die Tür hier ganz schnell aufgemacht. Das heißt, es ist ein Durchgang. Wurde geradet. Und die... Jetzt ist die Frage... Ist das hier eine doppeltgesteckte Decke? Bestimmt. Also wird das keinen Sinn machen? Hm. Ja, wir gehen von oben rein. Hey, ist da jemand? Wo? Da steht irgendwas an der Tür. Die Tür ist offen, oder nicht? Wo denn? Wenn ich wüsste, wo du bist. Hier am Pfeiler, da. Diese Mast. Gieß mich doch. Ich sehe noch nichts auf der... Ah, da. Jetzt sehe ich dich auch geploppt. Komisch aus. Ich sehe das von hier. Direkt vor der Tür? Das ist eine Tür. Das ist rausgesprengt. Ah, okay. Ich gehe mal kurz runter hier zum Außenposten. Da waren sie halt noch nicht drin. Da haben sie versucht, dabei reinzukommen. Jo, mach das. Noch ein Schalldämpfer. Kommst du da angelaufen? Ja. Und noch ein Garagentor. Jepa. Mpc, Mpc. Guter macht den Mpc. Da. Hit. Der Tod? Nee, noch nicht. Jetzt. Willst du es jetzt? Boah, 7 HP. Leck, nicht fett. Hast du was? Ich habe noch Essen hier. Ja, hier gegenüber Landagen. Der hat ja mal gar nichts gehabt. Hier ist auch Essen. Hier ist eine Basicade. Ach, das ist da, wo der Ofen frei war. Oh. Ein bisschen Metall, ein bisschen Kohle, ein bisschen Holz. Äh, Schwefel. Gerne. Und der Bauschrank, der ist noch nicht geöffnet worden. Das ist die Frage. Meine Holz würde da keins drin haben. Sonst würde ich hier nicht die Canyon sein. I, Menschenfleisch, ist auf die Dei, weg hier. Gerade das Beste. Never. Ja, wollen wir den Kerl dann da knacken, oder was? Ja, dann machen wir. Aber bei dem weiß ich halt, dass er heute Morgen noch aktiv war. Ja. Ja. Kann ja nur win sein. Win-win. Situation. Du machst halt alles. Deine Verantwortung. Ja, ja. Ist ja immer so. Wenn es scheiße läuft, bin ich schuld. Und wenn es gut läuft, dann waren wir wieder alle gut. Na ja. Affen.